Musik Das Eis ist Armani Fancy's Zuhause. Seit mehr als 10 Jahren fährt die 21-jährige Eiskunstläuferin schon Wettkämpfe. Und das durchaus sehr erfolgreich. Ich bin zweimal britische Meisterin geworden, also mit 17 und 19. Und dann war ich 16. in Weltmeisterschaft und 12. in Europameisterschaft. Musik an, Welt aus. Eine Sache beim Eiskunstlauf liegt Armani ganz besonders. Also technisch bin ich ganz gut gelaufen, aber meine Stärke war eigentlich Musik interpretieren und mit dem Publikum zu spielen. Zur Zeit schlüpft sie in die Trainerrolle, um mit Schauspieler Timo Bartels bei Dancing on Ice an den Start zu gehen. Ja, es ist eine ganz neue Erfahrung. Also Trainerin werden, habe ich mir nie gedacht, dass ich sowas mache, weil eigentlich habe ich die Geduld nicht dafür. Aber Timo ist immer sehr motiviert und das hilft auch beim Training. Der kommt jeden Tag, der lächelt und er will immer ganz viele Wiederholungen machen. Bald betritt Armani eine ganz neue Showbühne. Und vielleicht wird diese ja auch zu ihrem Zuhause. Musik 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 Musik